Musik 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 Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Und ich würde heute gerne mich austauschen zu dem Thema Grenzenlosigkeit und vor der Angst, diese Grenzenlosigkeit anzuerkennen. Denn wir als Wesen sind schon in uns grenzenlos, also wir sind wahnsinnig komplex. Und wenn wir einfach nur mal in uns hineinfühlen und es wirklich Zeit nehmen, in uns hineinzufühlen und uns mit uns zu beschäftigen, dann merkt ihr vielleicht, dass immer eine neue Tür aufgeht, ein neues Gefühl aufgeht oder ein neuer Gedanke kommt, ein neuer Zustand kommt und wenn wir die Welt um uns herum anschauen, dann gehen auch unheimlich viele Türen auf. Wir als Menschheit entwickeln uns in einem rasanten, ja, auf einer rasanten Fahrt weiter. Ich komme gerade von einem Küchentischgespräch. Wir hatten nämlich heute Besuch heute Abend und da ging es um künstliche Intelligenz zum Beispiel und ob man das nun gut findet oder schlecht findet, aber wie weit fortgeschritten wir da bereit sind, dass Dinge, die wir vor nicht allzu langer Zeit vielleicht in einem Science-Fiction-Film gesehen haben, absolute Realität bereit sind. Und wie gesagt, da geht es auch um ganz viele ethische Fragen, die es zu klären gibt, aber das ist nicht unsere Aufgabe heute hier im Podcast, sondern ich wollte das nur als Referenz heranziehen, wie unheimlich grenzenlos unsere Möglichkeiten sind und die Entwicklung aus uns heraus und eben die Entwicklung um uns herum und dass wir uns selbst aber oft anschauen, uns als einzelne Personen und denken, okay, was kann ich schon ausrichten, wer bin ich schon, ja, und eben all diese Möglichkeiten in uns nicht erkennen, aber eben auch um uns herum nicht erkennen, aber vor allem eben die in uns nicht sehen und weil wir eben uns selbst nicht sehen, unsere eigene Größe erlauben wir schon gar nicht uns, die Möglichkeiten im Außen zu betrachten, weil wir immer das Gefühl haben, ja, ich bin ja zu klein dafür, für mich steht das nicht offen oder stehen diese Möglichkeiten nicht offen, aber wenn wir genau hinschauen in uns, ja, wenn wir uns kennenlernen, erkennen lernen, dann sehen wir, wie unendlich wir sind, unendlich in unseren Gefühlen, ja, dass hinter jeder Angst auch wieder Freude kommen kann oder dass hinter jeder Sorge auch wieder Hoffnung kommen kann, ja, dass wir uns immer weiterentwickeln und dass wir eben auch wachsen, in uns wachsen, ja, Dinge, vor denen wir dachten, dass wir uns denen nicht stellen können, dass wir uns denen absolut stellen können, ja, und das lernen wir aber nur, wenn wir uns ihnen gestellt haben und umso mehr eben wir unsere innere Unendlichkeit erkennen, ja, dass es immer einen Weg gibt, immer weiter geht für uns, dann erkennen wir eben auch all die Möglichkeiten im Außen, ja, denn die Welt um uns ist unbeschreiblich groß. Allein unsere Erde ist so weit und divers, dass wir sie ein ganzes Leben lang erforschen können und am Ende doch nur einen kleinen Bruchteil von ihr gesehen haben. Und das Sonnensystem, von dem wir ein kleiner Teil sind, ist wiederum ein kleiner Teil unserer Galaxie, die wiederum ein kleiner Teil einer Ansammlung von Galaxien ist, die wiederum ein kleiner Teil eines kleinen Abschnittes des Universums ist. Also wer auch immer du bist, wo auch immer du gerade stehst, läufst oder sitzt, du schwebst im Weltall deiner Möglichkeiten, aber diese Weite, diese Möglichkeiten, die machen uns auch manchmal Angst, ja, klar. Alles scheint manchmal so groß oder überfordernd zu sein, ja, auch Aufgaben, tägliche Aufgaben, denen wir uns stellen. Und dann wollen wir einfach nur schrumpfen, ja, dann sehen wir zwar Dinge und die uns inspirieren oder die, ja, die uns erstmal mitreißen, aber dann fühlen wir uns so klein dieser Größe gegenüber und wollen, ja, wollen schrumpfen. Wir möchten dann am liebsten nur die kleinen Dinge anschauen, die, von denen wir meinen, Kontrolle über sie zu haben, wie zum Beispiel unser Mittagessen. Darüber haben wir Kontrolle. Und vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das sehr gut. Ich kann mich nämlich auch, wenn ich mich darauf fokussiere, an den kleinen Dingen komplett abarbeiten oder aufreiben, ja. Es ist ja nicht so, dass wir die kleinen Dinge dann kleine Dinge sein lassen, sondern wir fokussieren unsere ganze Energie da drauf und auf einmal arbeiten wir uns ab an eben einkaufen gehen, dem Mittagessen, irgendwelchen kleinen Planungen, ja. Und was passiert dann? Auf einmal entscheidet sich, bleiben wir beim Mittagessen, entscheidet sich bei Brokkoli oder Blumenkohl der weitere Verlauf unseres Tages. Denn wenn wir dann bekommen, was wir wollen, ja, wenn ich Blumenkohl will, dann bin ich zumindest kurzfristig zufrieden. Aber, wenn ich statt Blumenkohl Brokkoli bekommen habe, aber ich wollte unbedingt Blumenkohl, dann bin ich unzufrieden, ja. Oder, ja, nix oder. Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt, ja. Auf einmal hat das falsche Mittagessen das Potenzial, den ganzen Tag zu ruinieren. Und das ist jetzt nur beispielhaft das Mittagessen genommen, aber ich glaube, wir alle fühlen gerade, was, ja, was diese Worte ausdrücken oder beschreiben möchten, ja. Und wenn wir uns dann im Vergleich dazu wieder klar machen, ja, wow, wir schweben im Universum unserer Möglichkeiten und arbeiten uns an den kleinen Dingen ab beziehungsweise sie entscheiden dann, ob wir einen guten Tag oder einen schlechten Tag haben, ja. Und mir hilft es immer, mir den Kontext klarzumachen, ja, mir klarzumachen, Sarah, ich sag's dir nochmal, du schwebst im Universum deiner Möglichkeiten. Und deswegen, hab keine Angst davor, das zu erkennen, ja. Hab keine Angst davor, das zu fühlen, zu erkennen, in die Welt zu schauen und dir immer wieder bewusst zu machen, was es noch alles gibt, ja. Dass du im Universum deiner Möglichkeiten schwebst. Und natürlich, jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass es natürlich trotzdem weiterhin die kleinen Dinge so gut wie möglich genießen oder eben auch die kleinen Dinge schätzen wissen oder die kleinen Dinge zu wichtigen Ritualen werden lassen, ja. Weil in den kleinen Dingen steckt oft das Glück, ja. Das Glück steckt eben, wenn wir mit unserer Familie am Tisch zusammensitzen, beim Mittagessen und ein gutes Gespräch führen. Aber eben das Glück oder die Entscheidung des Glücks ist nicht, ob Brokkoli oder Blumenkohl. Das ist der Unterschied. Und natürlich ist es schön, die kleinen Dinge zu schätzen, weil die kleinen sind oft die großen Dinge, aber zu schätzen und uns eben nicht an den Nebenschauplätzen wie Brokkoli oder Blumenkohl abzuarbeiten. Ja, und natürlich, lass uns freundlich sein, mitfühlen mit unseren Nachbarn zum Beispiel. Oder wenn das nicht immer gelingt, ja, wenn wir eben nicht immer nur freundliche Begegnungen haben, ja, dann ist es auch okay. Dann können wir uns nämlich daran erinnern, dass ein unfreundlicher Blick der Nachbarin oder ein Essen, was jetzt nicht unser Wunschessen ist, nicht unseren Tag definieren. All das sind nur Momente. Wir sind weiterhin Teil des unendlichen Universums. Wir sind Teil all seiner Möglichkeiten. Und wir müssen auf gar keinen Fall Angst haben vor diesen Möglichkeiten, vor unserem Potenzial, also nicht nur den Möglichkeiten um uns herum, sondern den Möglichkeiten in uns. Und wir müssen auch vor allem keine Angst haben vor unserer eigenen Stärke, unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Courage. Und ich lade dich ein, heute, heute ist ein guter Tag dafür, deine Möglichkeiten, deine Kraft, deine Courage weiter zu erfahren, indem du etwas tust, was du schon lange tun wolltest. Das kann was Kleines, das kann was Großes sein, ganz egal. Vielleicht ist das ein Gespräch, ein Anruf, von dem du weißt, den brauchst, aber dir hat vielleicht bislang der Mut gefehlt. Vielleicht ist es, dass du dich heute dem Chor anschließt bei dir in der Stadt. Ich komme da drauf, weil ich bin heute bei mir abends im Kiez herumgelaufen und da habe ich gesehen, dass es einen Chor gibt für Erwachsene. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es, dass du an den See fährst, an den du schon seit Jahren fahren wolltest, der nicht weit entfernt ist, aber es irgendwie nie geschafft hast. Vielleicht ist das auch, dass du heute deine erste Meditation für dich praktizierst. Vielleicht ist es auch, dass du der Person, von der du weißt oder ahnst, dass wir gerade eine schwierige Zeit durchmacht, ganz konkret deine Hilfe anbietest. Vielleicht ist das auch, dass du endlich über etwas sprichst, von dem du dachtest, dass du nicht darüber sprechen kannst. Das kann eine Idee sein, die du hast, ein Traum, den du heimlich hegst, aber dich eben noch nicht getraut hast, darüber zu sprechen oder anzugehen, das Ganze. Letztendlich, egal für was du dich entscheidest, das ist eine neue Erfahrung, die du machst und deine Welt wird dadurch größer. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Tagabend,